Musik Ich bin gerade zurück nach Amerika und ich hatte den ersten World Cup dort. Ich ging super, ich habe gewonnen. Nach dem Training bin ich jetzt auf den Lachs. Ich habe mich Coca-Cola eingeladen, um heute Abend ein Konzert zu geben. Es hat nicht Snowboarden ohne Musik und keine Musik ohne Snowboarden. Es passt zusammen und ich werde in beiden Bereiche besser, dank den anderen. Für mich ist Weihnachten ganz wichtig, weil es mich voll an meine Kindheit erinnert. Coca-Cola hat die Atmosphäre herzubringen heute Abend. Darum war ich sehr Freude, hier zu sein.